Ich glaube wirklich unter jedem einzelnen Video steht, dass Dani auch kommen muss. Daher laden wir sie selbstverständlich auch ein. Und sie bekommt etwas, was wir noch gar nicht gemacht haben, und zwar Ohrringe. Ich hab keine Ahnung wieso, aber ich finde, dass die Avocado und die Wassermelone irgendwie zu ihr passt. Schreibt gerne mal rein, welches Obst ihr für sie genommen hättet. Um das festzumachen, hab ich so ein Draht dadurch gefädelt und das dann am Ohrring befestigt. Dani kenne ich tatsächlich gar nicht persönlich, aber ich find sie mega sympathisch von dem her. Dani, wenn du das hier siehst, du bist herzlich eingeladen.